Es gibt Dinge, die sprechen für sich. Andere sprechen einen an. Manches widerspricht sich auch. Hier und da verschlägt es einem auch die Sprache. Viele meinen, nur Sprechen allein bringt nichts. Andere glauben, wir sprechen einfach viel zu wenig. Ein Versprecher kann jedem mal passieren. Aber ein Versprechen sollte man auf alle Fälle halten. Deswegen mein Versprechen an Sie. Ich spreche für Sie. Für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte. Bis Sie sprachlos sind. Sprechen wir darüber.